Was ist Hiro's Freundin? Hiro ist Hiro's Freundin. Hiro? Ja. Also mein Bruder ist jetzt auch noch meine Freundin, oder was? Was macht den fresh im Kühlschrank? Alter, was ist los mit euch? Okay, Freunde einladen, wo geht das da? Das ist definitiv die Sonne. Schnitzelchen, ach du, da bist du ja schon. Schnitzelchen ist eingeladen. Bitte nicht durchrushen, ja. Ich glaube, ich gehe nochmal ganz kurz für kleine Dodos. Bis gleich. Viel Erfolg. Bringen wir es zum Spielen mit. Aftershock. I've struck a deal with the biggest syndicate on the west coast, selling their safes to the east coast. Unfortunately, first shipment of safes ran into a little trouble. A fucking earthquake. Can you believe that? Ah, und da ist ein Schnitzelchen. Gut, das ist laut ist, deswegen nehmen wir die laute Ausrüstung mit. Genialer Name. Lena, Anna Stange? Hat schon was. Hat schon was. Dicke Anzug an. Edipack. Okay. Dann nehme ich First Aid Kids mit, habe ich die doch mal, habe ich schon etwas Neues kennengelernt? Oh nein. So wie viele Punkte haben wir? So dann, muss halt nackend reinspringen, wenn du Spaß dran hast. Hallo. Hi. Ja Lena, ich habe auch einen Arbeitskollegen, der heißt richtig mies, aber das lasse ich jetzt mal. Komische Namen. Ach, wir haben jetzt noch einen dabei. Ja, den Spaß wieder raus. Ah, kenne ich nicht. Liegt raus. Ja. Nein! Was hat er denn jetzt gemacht? Du hast gestartet. Wer ist denn der? Ja. Ist das ein Kumpel von, äh, vom Schnitzel? Ganz so. Oh. Oh. Schau mal, halt mal zu Fürth. Ja. So war das. Ist das eine Amok-Mission? Ja, ne? Ja. Endlich. Dann kann ich auch meinen Spaten wieder mitnehmen. Ja, wo ist er? Ja. Keine Ahnung. Steht. Teilnehmen, Teilnehmen, Teilnehmen. Da muss man einen Spaten. Was denn? Ach, der haut da mit der Waffe zu, oder was? Nimm mal die Zange hier einfach mit. Geht er denn so ewig? Was ist denn der Zange? Ja, aber das ist auch mal die Schrotgang. Die ist auf jeden Fall zu empfehlen. Leichensack brauchen wir nicht. Muni. Soundtrack. Zufälliger Titel, ne? Mach ich jetzt mal. Soundtrack hab ich immer. Keine Weihnachtsmusik. Okay, was würd ich auch machen? Geht doch da. Ich seh gar nicht, was gechattet wird. Nein, bei Unterbeschreibung steht doch, was dort steht. Also, äh, ja. Dann wieder Vlad. Der Russe da. Vlad. Wir gehen auf jeden Fall aufm Schiff. Geht. Kein Plan. Ich bin bereit. Ja. Auf geht's. Bereit, Leute? Ready? Auf geht's. Jiro. Ich liebe dich. Jiro, ich liebe dich. Was? Abwurfzone? Oh oh. Ach so. Wir wurden abgesetzt. Wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwie zu irgendeinem Schiff. End. Ich hab den Track geändert, Schwori. Was ist ne neue Säge? Wir brauchen nur mal 90 Sekunden. Das ist mal was Neues. Ich kann upgraden. Dann die Säge upgraden. Ja, dann. Ich bin schon dabei. Ich bin dabei. So, gesprungen von. Wow! Zehn Sekunden weniger. Von 71 auf 61 Sekunden. Jetzt lieber rumpaland können, ey. Hier brennt was. Toll, Säge ist schon kaputt. Mal gucken, ob ich jetzt auch weggestriket werde wie der Tobi mal. Wo ich hier andere Musik verwende. Aber ich glaube, das war ja im Intro oder in der Übungsmission, ne? Genau, das war die Übungsmission war das. Und ganz schlimm war das, als ich mal GTA aufgenommen hab. Da hab ich mit einer Stunde GTA, hab ich, weiß nicht, 30 Strikes gekriegt oder so. Ja, schön dieses Radio, ne? Ja. Ich hab hier noch einen anderen Wagen gefunden. Dass ich die Säge anbringen kann. Hol die Säge. Ich baller hier mal die Leute ab, ne? Einer muss es ja tun. Ey, hier kommen immer mehr, man. Dann hört sich einer um die Säge. Oh, das war ein Zivilist. Ich hab fast abgeknallt. Äh, ich gucke jetzt gleich mal. Ja? Er macht schon... Ne Züchern. Wer ist das da? Ich hab bemerkt, ich blute. Was? Was ist los? Was ist heute los, ey? Okay, hier sind noch 8 Sekunden. Was schreibst du da, warst du grad auch im Chat? Ja, aus Versehen. Okay, die Säge ist am Start. Mach's auf. So. Ich glaub, ich hab einen Tafe. Wer ist das zuhause? Ich hab hier oben noch einen Bus gesehen. Kommt mit. Kommt mit, okay. Was soll denn? Hast du das auch so einen auf dem Rucksack? Ja, ja. Auf dem Rucksack. Auf dem Rücken. Da liegt... Aber wir wissen aber gar nicht... Woher wissen wir denn, dass wir jetzt hier lang müssen, Leute? Die kennen ja die Mission schon auswendig, oder was? Sehr wahrscheinlich. Ach guck mal, Pennerlager. Ein Pennerlager? Ja. Ja, ein Penner in Ruhe, Mann. Da liegt einer... Ne, da nicht. Hier war ne Geisel. Achso, das ist unsere Geisel. Komm mit, Geisel. Ah. Ja, aber ich passe nicht mehr auf die Sales auf. Jetzt kriegen wir ja Instruktionen, oder was? Oh, dann kommen auf jeden Fall einige. Kommt der denn weg? Ich hab ne Geisel im Anschlag. Wieso kann ich die Geisel denn mitnehmen? Wieso? Okay. Mr. Cole, passt auf die Sachen auch. Ja. Hab die Mission schon so oft gespielt. Ja, toll. Macht aber nicht wirklich Spaß, wenn du hier jetzt, äh... Deswegen meinte ich ja, dass wir... Hilfe ist zwar immer schön und gut, aber wir möchten ja selbst das Spiel kennenlernen. Selbst herausfinden, wie, wo, was zu tun ist. Hör auf zu spannen, sonst bist du weg. Weg vom Fensteril. Da kommt der Tobi mit seinem nervösen Finger und dann war's das. Oh, was hab ich denn hier gefunden? Was für ne Kiste? Ne Granate. Ne Granate brauche ich nicht. Gibt's hier nicht. Gibt's hier nicht. War das jetzt? Oh, fuck. Granaten nehmen. Granaten Koffer. Brecht in die Busse ein. Welche Busse denn? Ich hab hier oben noch nen Bus gefunden. Muss ich denn da hoch, alter? Ich hab keine Säge. Fuck. Hier und du musst mal hier nach oben. Direkt bei mir ist auch die Leiter, wie du nach oben kommen kannst. Ach, direkt bei dir ist die Leiter? Ja. Ok. Dann mach ich das doch mal. Ach, die Treppe hier, oder was? Ja. Beim Leiter, weißt du? Ja, der war gut abgeballert, alter. Ist Friendly Fire an, ich weiß nicht. Komm einfach hoch. Glaub nicht. Ja. Hier ist noch. Woher brecht ich denn die Busse ein? Was soll denn da für ein Bus sein? Vielleicht ist es noch upgraden, ey. 60 Sekunden. Hier ist noch irgendeine Tasche. Boah. Hier kann man sich... Also volle Gesundheit. Hier kann man sich heilen. Aber du hast auch volle Energie. Ja. Ich mach schon. Ja. Ich kann sich nur mit dem Rocket Launcher töten. Dann wär das vielleicht mal ein Upgrade, was man mal anstreben könnte. Jetzt mal Feuerschutz. Danke. Äh. Ich versuch's, aber... Das ist hier runterseilen. Noch 25 Sekunden. Oh shit, ich krieg grad hart aufs Maul. Ich leg mal hier Muni hin. Ich hab nur 15 Schuss verbraucht. Ne, müsste... Ist offen. Wieso komm ich denn hier nie rein? Okay, ich hab einen. Ich hab den anderen. Kann man jetzt hier runter gehen, ne? Also zu den anderen Safes, oder was? Was? Hier, wo kommste? Gleich das C4 holen. Was? Was? Wie bist du denn so schnell da runter gekommen, Alter? Ich bin gegangen und hab nicht gewartet. Ey Schnitzelchen, ähm... Danach zocken wir wieder zu weiter. Ja. Was klar das... Nicht böse, nicht böse sein, aber wir wollen halt selber hier zocken und Spaß haben und das erkunden. Wir sind halt voll die Loops. Ne? Aber so ist das eben. Ja. Wir brauchen keinen Instructor, der hier sagt, was zu tun ist. Das nervt. Ein bisschen. Ja, so ist es. Aber bei GTA kannst du gerne wieder mitzocken. Hier hängt mir so ein Tresor im Gesicht, weißt du? Wacke. Der ist aber schön nebeneinander gelegt. Ja, neu. Können wir noch optimieren, glaub ich. Nein. Wohin rennst du? Haben wir noch mehr? Steht, warte auf das C4. Ja, das hat Schnitzelchen ja gerade gesagt, dass er das macht irgendwie. Hier soll das ja mitkommen. Da springt er einfach runter, klar. Er wurde außer gefechtet. Achso, das ist so geplant von denen, ja? Einfach runterspringen, heilen lassen. Nicht schlecht. Jetzt packt er das hier in die Bahn rein. Und jagt die Brücke hoch, oder wie? Ja, ist ja noch nix. Vorsicht, bei dir haben sie sich... Ah ne, bei Cole haben sie sich runter geseilt. Bleiben wir hier hinten bei Cole. Ich bleib doch mal bei Schnitzelchen. Oh, Waffe wechseln. Bam, bam, bam. Sieht mal so lustig aus, wenn der Helm hochfliegt. War alles geplant, sagen sie. Hä, ja? Pick up das C4. Ok, 100 Meter. Da oben kommen sie alle wieder runter. Also wieder hoch. Du bist an der Treffe schon. Keiner ist an den Saves. Ok, ich bleib hier. Oh, da hat einer überlebt. Oh shit, oh shit. Ah, hier muss das C4 jetzt hin. Ok. Dann nehm ich mir schon wieder ein Safe mit. Der wirft die Galaten so lächerlich weit. Der wirft die Galaten so lächerlich weit. Lass dich droppen, Tobi. Nö. Reicht das? Ja, das reicht. Bam, Junge. Die Pumpe regelt. Genau. Ok, der hat hier überall zu viel gelegt. Das sind so kleine Medip-Kids, die man auch sammeln kann. Ja. So, C4 explodiert. Hier sind noch ein paar Saves, ne? Die mitgenommen werden müssen. Deal the truck. Da ist er. Darf ich fahren? Tatsache. Ok, keine Schlüssel, aber... Wir müssen wahrscheinlich die Taschen da reinwerfen. Ja, müssen wir. Ok, ich fahre, man. Alle einsteigen. Nein, ist jetzt hinten drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind alle drin? Nee. Alle drin. Da kommen die Cops. Jetzt warten auf den Heli. Ich cruise jetzt erstmal ein bisschen rum. Wir sollen nach hinten fahren. Wir sollen nach hinten fahren. Echt? Nach hinten ist der Abholpunkt. Ich sehe nichts. Kannst du mich äh... Lotsen? Weiter nach hinten. Weiter nach hinten. Boah, ich werde hier übelst abgeballert. Stopp! Ich muss aussteigen. Ich bin tot. Die Pumpe muss wieder regeln, Alter. Die Pumpe macht nur noch klack, 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 klack. Joga, wie viele sind denn hier? Ja, die Pumpe... Pumpe hat es wieder geregelt. Was liegt hier? Ah, ich musste das Signal, die Fackel erstmal aktivieren, damit der Heli überhaupt kommt, Mann. Na, Schild, Freunde! Was macht er denn da? Ja, so geil, dass wir die drüber springen und dann einfach instant sterben. Okay. Okay, Muni-Tasche haben sie auch hier hingestellt. Vadrupelkill! Hier ist so ein komischer... Boah, Alter, da kommen so viele angerannt. Ich weiß, ich habe keine Granaten mehr. Mission auffüllen. Wir sind wieder alle down. Kann ich hier auch drehen, irgendwie? Oh. Oh. Was war das denn gerade, Mann? Ich kann gar nicht mehr in den Truck einsteigen. Warte auf den Hubschrauber. Ich gebe hier immer so Quadrupel-Headshots. Geht das da irgendwo oder was? Ja, die kommen hier alle nebeneinander runtergesprungen. Achso. Aha, was macht er denn da? Bam, Junge. Erstmal mit dem Spaten aufs Maul. Ach ne. Ist ja die Zange. Triple Headshot. Wo bleibt der Heli? Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Warte, ich muss mal kurz ein Muni einsammeln hier. Alter, was kommen die denn alle her hier? Hast du gesehen, Tobi, wie das geht? Ich habe ein Problem. Mach die Zeile aus und dann einfach draufknüppeln. Achso, wir müssen hier rein. Wir sind schon fertig. Ja. Einsteigen. Cole außer Gefecht. Aber man muss hier echt einsteigen. Okay, ich bin dritten. Kannst du fahren? Ich sitze nicht vorne. Ach Tobi, du musst einsteigen, man. Hinter dir ist noch einer. Jetzt bin ich tot. Okay, warte. Ey, wie viele hier sind denn? Okay, hier hilft schon jemand. Wir müssen jetzt schnell einsteigen irgendwie. Okay, ich bin drinnen. Ich auch. Oh, irgendwas passiert. Wir fahren aber nicht nach vorne. Nee, wir werden nur hochgehoben, Alter. Ja. Redet jemand mal was? Wie? Bin ich noch gemutet? Nee, bin ich nicht. Nee. Gibt nur einen ersten FC-Club-Sparten. Das ist unser. What? Wuhu. Wuhu. Level 40 wahrscheinlich. Ja. Ich auch. Level 40. Danke. 2 mehr Fertigkeitspunkte. Ja. Level 41? Neun. Oh. So. Und? Was kriegen wir? Darf ich mal chatten? Komm, Geld. Gib mir Geld. Ich hab ne Maske. Hey, was ist das denn? Die linke Hand. Das ist ein Muster. Er hat ein taktisches Magazin und er hat digitale Tarnkleider. Nee, Waffen-Mod. Taktisch. Achso, nee. Ich hab mich verguckt.